das ist das erste Stück ist bei der zweiten Stufe das ist jetzt fast das ist jetzt in der vorletzten Stufe also ups ja deswegen soll ich mal hier in Gruppe ansetzen ha 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 Mike ich fang schon mal mit dem nächsten Feld an nein doch nein warum nicht ja war voll gehupt dann ist hier gegenüber vom Hof fang ich dann einmal ja wie und dann nach rechts weiterhin ausbauen Alter wie das Ding einfach mal das hebt glaube ich ab und zu an äh ab deswegen ich hab keine Ahnung auf jeden Fall manchmal drifte ich so weg könnte ich nachher eine Aufnahme machen ja du gehst hoch und dann wieder rüber ja alles ist stein dran ist gut guck nicht so viel okay gib bloß oben hier oder da muss man drauf achten fahr mal her fahr mal ein bisschen hinterher mach mal eine Spritze aus und fahr mal ein Stück hinterher was ist dann ja muss man drauf achten ich fahr gerade aus und noch mal lenkt der komplett zur Seite hier ja ich weiß schon das kenne ich auch das ist das Ding ähm da ist halt an einer Seite ist halt ein wenig fest verboten und dann zieht der rüber weil da kommt vorne vom ist irgendwas fest oder sowas dann zieht der trotzdem rüber das ist das ist das ist ein echt auch so ja gut aber nicht so extrem dass die ganze Maschinerie rüberziehen klar du musst immer dagegen lenken lenken ja aber auf dem Feld was gerade durchgekruppert wurde ist es nicht so uneben ja aber es ist trotzdem du musst immer gegen lenken ja ein bisschen ist immer da das ist klar aber so viel ja es ist halt ja das hab ich hier bei alle paar Meter hab ich das es ist halt so also Bulldog ist aufwart klar kannst du mal einhoben, da ist was so und 2.3 gleich um 1 und wir sitzen immer noch hier und fertig na gut ich seh die Uhr nicht ich hab meine Lämpfe noch mal gefahren die Hochbezeit ist gleich 1 hm natürlich 1 um 1 und mit Hartz ja 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 bitte mach ich auch ich hab kurz mal einen Helfer reingesetzt nee lass Helfer aus Helfer auslassen ja einfach so kosten unnötig Geld auch wenns nur ein bisschen ist aber ja ja bis gleich ein Mädels jo jo ich geh jetzt noch mal einen drauf weil ich bin fertig mit dem Spritzen bis dahin wenn man mit einer Gruppe Rider fertig ist das dauerts noch halt so viel Spaß ne jo bis gleich ne jo bis gleich ja warum keine Ahnung ui das Feld ist ja schon fast fertig also jetzt vom Reifen Status her also theoretisch wenn wir jetzt hier fertig sind und da oben dann können wir bald anfang zehren ja kaum angefangen dann fertig bei dir ja wenn ich nicht geholfen hätte wäre das wirklich so dann wäre es fertig zu holen dann wäre es fertig zu holen wenn du fertig bist aber kann man dann trotzdem auch nicht ernten weil es ja nur die Hälfte ist man muss erwarten bis alles verlieren doch 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 so da ist er wieder ach ww wie meine Güte hab dir jetzt nicht gehört den Aufnahmen nachher höchst ich hab Beweise ahja Beweise hm ahja ach man du rufst dich hier zur Seite weg ach ich auch ja das ist voll extrem voll der Bug ist kein Bock ja die kann ich kann mal daran weil wir halt äh zu hohe Maschinen für zu niedrige Tacker wahrscheinlich benutzen so sind wir bald fertig ich glaube wenn wir die beiden Fälle fertig haben wir auch gleich mal eine kurze kleine Pause mal sehen wie viele Platte ich noch hab hhhhhh Totenstille Ja, noch. So, 27.000. Das dauert noch ein bisschen. Na gut, aber wenn ich dies alles für 2.000 oder für 5.000 oder 6.000 meine Wegen sogar verkaufe, das haut rein. Ich kann ja theoretisch machen, einfach so lang warten. Bis 6.000. Und dann verkaufen. Dann kriegt man auch nicht Geld. Das wird lange dauern. Ja, oder halt über 5.000, weil unter 5.000 verkauft ist nicht. Das ist viel zu fällig. Es ist einfach nicht schwer. Das wird uns über 1.000 freuen. Aber da dauert es auch scheißelang, also real 2 Stunden, bis es fertig ist. Das ist im Fachgespräch. Ach, ja Mike, fährst du so hoch runter die ganze Zeit, dann fahre ich immer hier im Kreis. Ich habe gerade voll keinen Bock mit den Kruppen, also das geht gerade langsam ums auf den Senkel. Würdest du ein bisschen sehen? Wollen wir tauschen? Boah, gib her die Bude. Hm? Gib her die Bude. Okay. Boah, wer hat denn den Drescher hier so geparkt, ey? Reingefahren und stehen gelassen. Ja, zeig mal. Ja, jetzt hab ich ihn gerade schon im Ruhm gebraucht. Grober Zugklappen, was muss man da eigentlich Zugklappen? Lol, ich sehe nicht, was in der Sehmaschine gerade drin ist. Hä? Schlag mal aus. Achso, ich muss erst mal gehen drücken. Aber ich halte das Gewicht vorne drin nur. Absprechen. Ey, ich will jetzt hier Gras ansehen. Hä? Mach mal lieber an. Hallo, mach mal lieber an, die Sehmaschine. Was? Mach mal lieber... Du musst die Sehmaschine anmachen, nicht nur unter Klassen. Ach, stimmt. Ja, bei anderen ist es ja bloß runterklappen oder nicht. Leute, da war das aber bloß nur runterklappen, fertig. Ja, komm, voll los, alles ging. Ich bin schon wieder da. Ah ja. Okay. Also bei mir vor, ist er nicht immer hin und her. Soll ich sonst noch einen Gruber kaufen oder lieber noch eine Sehmaschine? Oh, eine Gruppe. Beides zusammen. Ich glaube, noch eine Sehmaschine lohnt sich mehr. Eine größere vielleicht, alles Geldgröße. Größere Gruppe und größere Sehmaschine. Eine Sehmaschine darf man kein Geld für. Ja, dann halt noch ein bisschen Sporn einfach. Fertig ist. Sobald wir die erste Ladung... Kein, ich rücke. Sobald wir die erste Ladung Ratz weg haben, ne, und können wir sowieso davon Biken kaufen. Dann können wir auf alle Fälle den größeren Gruppen und den größeren Sehmaschine holen. Ja. Brauchen wir noch ein bisschen. Warum klappst du es auch aus? So zum Scheiß. Was weiß ich. Wenn er mit ausgeklappter Spritze will er über... über Dinge zu überfahren. Über Brücke. Über Brücke. Das fäscht du da zahm. Ja, wieso? Ja, wieso? Weil ich da außen rum nicht spritzen kann vielleicht. Nein, vor dem Kreis. Nein, vor dem Kreis. Wie weit ist denn der Raps? Da auch noch. Da auch noch. Da auch noch. Da ist ne Grün. Oh. Oh. Ich glaube, als erstes brauche ich einmal einen zweiten Grupper noch. Erne mal einen zweiten... äh, den Bulldog noch. Ja. Na gut, aber eine zweite Zuchtmaschine braucht man nicht noch nicht. Hä? Eine zweite Zuchtmaschine braucht man nicht noch nicht. Das stark macht. So, der fährt einmal außenrum, nimmt einen halben Meter ab. Ah, der kommt schon wieder. Nein. Ich find schon, dass die ganzen Träger alle die gleiche nicht fahren. Oder so gut wie. Halt einmal, da kommt der. Halt einmal, halt einmal, halt einmal. Dürumein war ich jetzt aber nicht in mir. Der fährt sonst der Helmst. Ja, ja, ja. Macht Spaß durchzuzwitchen. Ja. Er hat jetzt den Mähdrescher auf die andere Seite übergestellt. Ich? Der Steiner hat immer die Reihen gefahren und stehen gelassen. Ja, so habe ich es ja auch gemacht. Ja. Hier fehlt irgendwie wirklich dieses GTA-Radio. Oh, nicht pfeifen. Das ist zu laut. Oh. Platz in der Film. Hier steht ein Pferder ernsthaft, dieses GTA-Radio. Was? Wo steht GTA-Radio? Nee, das fehlt hier noch. Oh, leider muss ich ab. Naja. Copyright. Geht nicht. Was? Copyright? Brauch ich nicht. Da mach ich vom Pumpe-Gelieder an. Da brauch ich kein Copyright. Und dann ja. Der Remix und so weiter. Ja, nix mit Remix. Alles Rap. Von K.B.R. Geil, Alter. Bei dir alles. Oder was? Ja, na, nix mit Pop. Aber ich bin ganz von dem. Die sind einfach nur köstlich, Alter. Den wurde sogar schon der Recher weggenommen. Von dem K.B. Na ja, die haben den eingezogen. K.B.R. kranker Business-Track. Ja, und dann weißt du, was sie vor Musik machen. Nix gescheits. Ja, das ist nicht so, was sie mit Sido oder Sido oder so. Was will ich mit Pashida? Was will ich mit Sido? Ja, also so ne Schmuckelmucke machen, wie nicht. Die machen von, ne? Pop'n Rap, also. Da kannst du dann schon nicht. Ich will kein Rap. Für Metal. War das Metal. Metal. Bin Superman. Was? Ob du drum an willst. Mir wurscht. Nee, dann hast du was zu tun. So mein ich's. Ja, wegen mir. Du musst am besten noch einsteigen. Mike, du musst doch Gas geben, ne? Sonst hole ich hinten rein. Ich darf nicht. Du musst da Steuern auffüllen. Nicht zwar was du da gerade machst, aber... Leerfahren. Ja, ich war weg. Schnell tut mir leid. Hä? Ich hab grad mein Grupper verloren. Jetzt geht mein Grupper nicht mit mir. Da will ich mich verarschen. Ja.